Inzwischen gibt es die ersten Samsung Smart TVs, die mit dem neuen Gaming Hub, das an einem zentralen Ort die verschiedenen Cloud Gaming Dienste GeForce Now, Amazon Luna und Xbox Cloud Gaming zusammenbringt. Aber wie sieht es mit anderen TVs aus? So bietet nämlich LG bereits auf ausgewählten Smart TVs mit WebOS 5.0 oder höher Native Apps für GeForce Now, BlackNut oder Boosteroid an. Lediglich eine App für Xbox Cloud Gaming fehlt noch. Da man allerdings Xbox Cloud Gaming auch ohne eigene App über einen Browser abrufen kann und aktuelle LG-Fernseher einen Browser haben, sollte man bereits jetzt Xbox Cloud Gaming auf aktuellen LG-Fernsehern ausführen können. Zumindest in der Theorie. In unserem Test auf einem LG NanoCell Fernseher von 2021 mit WebOS 6 lief beispielsweise Fortnite recht flüssig und die grafische Qualität war anständig. Selbst die Tasteneingaben über einen Bluetooth-Controller haben so gut wie keine Verzögerungen, weshalb man damit auch gut spielen kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017